Ich müsste mal zum Krankenhaus, bitte. Einmal zum Krankenhaus, alles klar. Äh, hallo? Guten Tag. Ja, Mensch, also so habe ich mir schon immer mal einen romantischen Tag vorgestellt. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Setzen Sie sich doch hin. Ja, also ich hätte schon auf jeden Fall, äh, wie geht es Ihnen denn so? Ich meine, wenn wir hier schon mal auf so einem romantischen Date sind. Ich habe Sie gar nicht kommen sehen. Sie haben sich jetzt so angeschlichen hier. Ja, also ich meine, ich bin beruflich ausgebildeter Schleicher. Oh, auch nicht schlecht. Kann man da so sein Geld mit verdienen? Oh, dann sind Sie doch sicherlich ein Krimineller, oder? Nö, absolut nicht. Absolut nicht. Ich weise nur Leute auf Sicherheitslücken hin. Ah, okay. Ja, bei Ihnen ist zum Beispiel das Portemonnaie hinten rechts in der Hosentasche sitzt ein bisschen locker. Guck mal, Sie mich... Hier ist es. Oh, Sie haben recht? Ja. Nur darauf hingewiesen. Ich habe dich dann nicht rund gemacht. Nö, ist ja, ist ja auch nett von dir. Aber was ist jetzt, wenn ich nächste Woche im Polizeidienst eintrete und der Schie... Das ist schon wieder so passend. Wenn ich in den Polizeidienst eintrete, bam! Da sind wir, Herr Mediziner, muss ich mir Sorgen um meine Hoden machen, weil die haben sie nicht so richtig abgedeckt. Okay. Also theoretisch haben wir jetzt alles da. Wir sind vom Fötus zum gefüttert, Fußball, Training, Türsteher, Security im Nachtclub. Keine Erinnerung. Das ist ja die Zeit, wo wir Siegeletten verkauft haben. Die gibt es ja quasi nicht. Und hier sind wir mit dem Flieger angekommen, da ist die E-Mail-Adresse entstanden, der um das Klo tanzt. Und hier der Wunsch nach dem Cop-Job. Warte. Hier kommt das catchy Jingle. Kaufen Sie noch heute für eine Bewusstseinserweiterung. mit dem Code Dizzy20 für 50% Rabatt. Ja, das Problem mit dem... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, gratis. Oh. Oh, nee. Was ich dich auch hören kann, wenn ich nicht neben dir stehe. So, wir haben jetzt... Ja, wunderbar. Wir fahren jetzt quasi hinter ihm. Ich mache ihm die Ansage, fahren Sie rechts ran. LSPD hier, fahren Sie rechts ran. Motor aus. Im Fahrzeug sitzen bleiben. Das macht er jetzt auch. Gibt es hier irgendwo eine Sporthalle? Weiß ich nicht. Aber wir können das gerne mal nach dem Feierabend klären. Aber im Feier... Geht das nicht, Sigi. Das geht gar nicht. Ja. Nee, du hast recht. Nee, du hast recht. Weißt du, wie das aussieht, da vor den Rockern, wenn wir uns da auf die... auf die Bühne hauen? Das habe ich dir letztens vor dem PD gesagt. Und jetzt nimmst du das eigene, was ich zu dir gesagt habe, und du hältst das mir vor. Ja, vielleicht hattest du ja mal recht. Na, siehst du. Jetzt hast du ja mal was gelernt. Endlich. Denn war deine Ausbildung ja nicht völlig umsonst. Oder ein aggressives Huhen? Weiß ich nicht. Das war nett. Sag mal, hast du mir gerade einen Aal auf den Schoß gelegt? Ja, aber ich wollte mich bedanken dafür, dass du so nett bist und mir das alles so ein bisschen beibringst. Und dann legst du mir einen Aal auf den Schoß, während ich am Steuer sitze. Ach, ihr legt euch gegenseitig Aal auf den Schoß, wenn ihr euch bedanken wollt. Ja, sicher. Wo kommst du denn her? Da von Usendor. Aalhausen oder was? Er ist wieder da. Oder? Nee, das ist jetzt nicht passiert. Nein, das hat keiner gesehen. Das war ein Bug. Damit habe ich nichts. Damit habe ich nichts zu tun. Ich wollte ihn nur heilen. Das war ich nicht. Einer drinne? Leute. Bei mir hier vorne, vor der Scheune im Haus, im zweiten Stock sitzen zwei Leute drin. Einer piekt die Treppe. Ich liege auf der Treppe. Also, zweites Stockwerk oben. Oh, ging die neben? Oder hast du getroffen? Oh, okay. Jetzt kann man. Ja, sorry. Warum hat er sich selber gesprengt? Geil, er hat den Dizzy gemacht. Zweiter Scheißaus, ja? Wir haben uns von Pizza Hawaii gesprochen und plumpst, kam eine Windböe und hat uns erstmal einmal quer durch die Stadt irgendwie gefegt. Aha. Und das war wegen, weil er zu oft Pizza Hawaii gesagt hat. Achso. Ist das so, wenn man Pizza Hawaii fünfmal hintereinander sagt, dass was passiert, oder was? Ja, das ist ungefähr so. Pizza Hawaii, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii, Pizza Hawaii. Hab Angst. Nichts passiert. Fahren wir. Also, sie picken die Ananas raus, oder was? Aus dem süß-sauer Essen. Ich picke drumrum, sagen wir es so. Aber du weißt schon, dass... Das ist genauso schlimm, wie die Leute, die sich Topfenstrudel bestellen und die Rosinen rausbissen. Bitte wen? Was? Äh, ja, schwierig. Äh, keine Ahnung. Gibt's das auch auf Deutsch, oder? Ja, also, keine Ahnung. Ich krieg einen Anruf. Ja. LSB-Knotruf, Albrecht, haben wir bereit, das kann ich diese tun. Die Bilder sind halt so groß, ne? Bitte finden Sie raus, wie viel Durchmesser die Erde hat anhand dieses Maßstabes 1 zu 1 Million, ne? Wenn Sie jetzt noch mal aus ihm das Lineal nehmen, können Sie das ausrechnen, und dann können Sie das anhand dieses Käptchenbildes markieren. Ich bin dran. Habas! Ich bin dran. 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 Ist das Auto noch fahrbar? Ja, das geht noch. Bisschen, naja. Bisschen schieben. Kommst du noch rein? Bleib still für eins, komm. Ich bräuchte mal ne Einteilung, stehe im PD mit zwei Kollegen. Ja, und haben mir auch nen Kopf gehauen. 33, wächst das Funkkreis. BANN! Alles in Ordnung. Heidewitzka, ich war grad, ich bin beim Schief raus, wissen Sie, ich hab grad Beförderung gekriegt. Und dann, ich musste kurz mal energisch, ich musste mal kurz Dampf ablassen. Verzeihung, Kollege, Verzeihung. Kein Problem, kein Problem. Halt's! Der ist in die Kiste gezischt. Und das ist in Ordnung? Ja, was heißt denn in Ordnung? Ja, das frage ich Sie, ob das in Ordnung ist. Sie werden die Leute jeden Tag sehen, Herr Lentes. Ja, richtig! Stehen Sie drüber einfach. Sie werden sie jeden Tag sehen. Die Manege mit so einer Musik. Genauso komme ich mir hier vor. Also, also Herr Ludwig, da müssen Sie aber drüber stehen, ne? Sagt Herr McCain. Da müssen Sie drüber stehen. Jo, so ist es. Ich bin standhaft. Und die Clownschuhe ein bisschen fester zubinden. Kämpfen nicht wütend zu werden. Wutanfall ist da, hast du mir leid. Ist ja kein Problem. Sag mal, siehst du auch zufällig da hinten in unserer Asservatenkammer das Auto? Steht bei dir da auch die Tür offen? Ja, bei mir ist da ein Auto drin, du. Ich weiß nicht. Also, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber das sind auf jeden Fall meine Beweise. So, Tür abgeschlossen, das Auto bleibt drinnen. Kannst du mal ganz kurz auf... Nur ganz kurz, mal hochziehen. So, okay. Reicht schon so. Okay. Warte. So. Jo, dann erledige mal das Tagewerk, ne? Heute hast du zehn Würstchen umzudrehen. Reicht gar nicht. Ich habe am ersten Tag 40 Wurst gemacht. Jo, da kannst du ja stolz auf dich sein. Hast du echt der Stadt gut geholfen. Oh. Jetzt verstehen wir uns. Ja, ja. Jetzt, ich glaube auch. Doch, das finde ich sehr gut, Schokobär. Ich gehe jetzt arbeiten, ne? Ja, Vanillebärchen. Einer von uns beiden muss ja einen sinnvollen Job machen. Jo, Vanillebärchen. Dann, äh, viel Erfolg. Jo. Wir hören uns. Ich habe letztens 14 Geschenke gekriegt. Nein! Nein! Ich habe das weggefliegt. degli отдik concrete. Jeige steht. Ich hole mich laundry. Bis zum nächsten Mal. 守